Servus, wir starten wieder durch. Heute eine Runde. Lyserio! Ich kann das immer noch nicht mit meiner Stimme. Das letzte Lyser-Video ist schon wieder ewig her. Ich habe das letzte, glaube ich, am 5.12. veröffentlicht. Und bei mir ist heute Aufnahmedatum 5.1. Seht ihr mal, wann das Video erst wieder rauskommt ist. Wir haben heute eine neue Aufgabe. Heute geht es nicht darum, groß zu werden, zu wachsen oder sonst was. Es geht heute darum, so viele Schlangen wie möglich in einer Stunde zu fressen. Es spielt keine Rolle, wie oft wir draufgehen, solange die anderen auch draufgehen. Vor allem die anderen sollten draufgehen. Also gut, stürzen wir uns ins Getimmel, fressen unsere ersten Schlangen. Wir machen so ein paar Eskapaden heute. So, das hier wird unser erstes Opfer. 0.1 ist einfach auch geboren, um als erster gefressen zu werden, würde ich sagen. Wir hören nicht auf, bevor wir 0.1 nicht gefressen haben oder 0.1 gefressen wurde. Das war übrigens unsere erste Nummer hier, auch wenn es nicht... Counter wird da oben rechts eingefügt. Nummer 1 haben wir erwischt. Nummer 0.1 erwischen wir auch noch. Ich weiß gar nicht, dass die auf unserer Abschlussliste steht. Haha, schaut mal! Ich habe mich selber umgelegt. Yes! Nummer 2, also eigentlich 3. Ich habe schon einen erwischt. Da, kleiner Clip. Ja, ich habe hier gerade einen erwischt. Ähm, hey, die wollte ich haben. Dann nehme ich dich. Nein! Das ist nicht okay. Ich habe schon wieder eine gefressen, während ihr nicht zugeschaut habt. Das geht nicht. Ich darf nicht mehr Stop drücken bei der Aufnahme. 4 haben wir jetzt schon. Ich habe noch gar nicht gesagt. Das Ziel ist es, möglichst viele in einer Stunde zu schaffen. 5. Meine Stunde läuft schon. 6. 6 Stück haben wir schon. Ich hoffe, mein Zählen stimmt. Hey, nicht, dass der Counter dann irgendwann und ich in eine andere Richtung zählen. Egal. Oh, das war 7. Da war 7. Übrigens, packt mal, packt mal euren Rechner aus jetzt. Wer von euch schafft, wie viele in einer Stunde? Nehmt euch eine Stunde Zeit. Fresst so viele Schlangen, wie ihr könnt. Habe ich euch gerade zu einer Stunde Slytherio überredet? Sorry! Meine Mama habe ich auch gefangen. 18, wer glaube ich jetzt hat. 9. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie viele meint ihr, schaffe ich in einer Stunde? Ich spiele jetzt 5 Minuten und habe 9. Könnt ihr hochrechnen, wenn ihr wollt. 10. Ich war vor dem. Habt ihr das gesehen? Das war ein Lag. Wir schaffen nicht los. Oh, ob ihr seht, wie knapp das war? Mh, schade. 11. Schnappen wir einen Small Tony. Wir wollen einen Small Tony. Oh, Small Tony war einfach zu gut. Und dass mir auch keiner sagt, ich bin scheiß, ne? Timer ist hier schon bereitgestellt. 42 Minuten haben wir noch. Schauen wir mal, dass wir irgendwo hinkommen, wo wieder was los ist. Da ist die nächste. Oh, nein, das mache ich denn. Und das war wieder einer. Oh, das war fast wieder. Das war noch einer. Ich glaube, wir sind bei 13 mittlerweile. Oh, den ich liebe dich, hätte ich gerne gehabt. Den schnappen wir uns auch. Yes! Wieder einer auf der Liste. Und den haben wir auch. Oh, nice. Der Counter geht nur so nach oben, meine Damen und Herren. Da holen wir uns wieder einen. Komm. Ja, zwei auf einmal zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Alter, das war so Spaß. Einfach mal auf Punkte entspannt pfeifen und absahnen. Ey. Warum bist du größer, wenn du so leichter willst, auch andere umzunieten? Weil die Kleineren fängt mal ja easy. Hat dir niemand gesagt, dass ich in der gleichen Größe jagen muss? Hier ist zu viel los. Hier kriege ich gerade niemanden. Geier, Maya, vielleicht. Aber das ist, wenn die alle so eng, da fehlt es mir an Manöveriefähigkeit. Der CC, der ist gleich Geschichte, aber den kriege ich nicht. Da sind doch ein paar. Schau mal. Und wieder einen für unsere Liste. Und wieder einen für unsere Liste. Erst ein ganzes Du haben. Ich muss ihn nur umlegen. Ist ihn wieder klein, aber brandgefährlich. Oh, nein. Das hätte dich jetzt erwischen können. Ich auch. Und danke für meinen Punkt auf der Liste. Danke, den Nächsten erwischt. Ich habe nicht wirklich gerade gesungen, oder? Und den erwischen wir auch. Oh, gut gemacht. Den erwischen wir. Yes. Die Kleinen, das sind aber am kleinsten. Wenn man Kleines fängt, sich am besten die anderen. Für alle, die es interessiert. Wir haben noch 36... Oh, das ist gespiegelt. Aber es sind noch 36 Minuten. Schau mal. Der heißt Not Kill Me Please. Okay. Weil er bitte gesagt hat. Leute, sagt mir bitte. Bitte und Danke gehört einfach dazu. Passiert auch mal sowas, dass man sich einfach nicht immer dran hält. Er hat gesagt, bitte nicht killen. Okay. Dafür nehmen wir den hier. Und den hier würde ich auch gerne. Bitte gerne. Oh, da oben sammeln wir mal eben was ein. Und da gehen wir mit dem Durchgang. Zwei auf einmal. Da muss man Kater ganz schön aufpassen beim Mitzellen. Der auch ja niemand vergisst, weil ich habe den Überblick verloren. Not Kill Me Please. Okay. Okay, aber dann Not Do You Attack Me Please. Thank you, Sir. I packed aus my very good English hier. Den schnappen wir uns. Yes. Wieder einer für die Liste. Und da ist wieder einer drin. Der ist drinnen. Und so groß, so groß. Und so groß mit dieser Taktik ist ja ultra genial. Verrückt. Ich komme gar nicht dazu, alles zu fressen, hey. Wenn man so groß ist, ist man nicht mehr so wendig. Dann kann man nicht mehr so Blitzangriffsmanöver machen. Aber dafür können wir so ganz kleine, easy einkringeln. Oh, nicht aufgepasst. Und den kleinen schnappen wir uns. Das ist ein Easy Kill. Den nehmen wir auch mit. Oder nicht? Doch. Den nehmen wir auch mit. Und die kleinen, wenn man klein ist, da gehen am meisten. Weil da rechnet keiner damit. Oder es ist den Leuten, es ist wurscht, ob sie drauf gehen oder nicht. Oh, gut. Aber trotzdem gekriegt. Und nicht gekriegt. Wieder einer. Oh, das wäre fast noch einer gewesen. Immer wenn ich mir heute vorgenommen habe, eine Schlange zu besiegen, habe ich es nicht geschafft. Kann es sein? Jetzt nehmen wir uns die grüne hier vor. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Es klappt einfach nicht. Was ist denn da los? Nächster auf der Liste hier. Vielleicht ist die auch einfach nur noch mal zu groß. Oh, die haben wir mitgenommen nebenbei so. Ganz ruhig. By the way, Halbzeit. 30 Minuten haben wir schon. Und die schnappen wir uns. Im Querschläger-Modus. Yes. Nein, wir nehmen uns keinen vor. Ja, woher nehmen wir uns den vor? Komm, wir fangen ihn. So, tun das, wenn wir nicht interessiert. Und fahren direkt auf ihn zu, so. Und du hast mir... Den hätte ich auch gerne... Yes, wir haben uns einen vorgenommen. Wir haben es geschafft. Halleluja, Leute. Yes. Super gemacht. Noch einen. Perfekt. Hey. Also mein Ziel wäre eigentlich schon, 60 Stück in 60 Minuten zu schaffen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Wir sammeln sich gerade wieder. Und wieder eine für die Liste. Da kommt gleich noch einer. Hm, schade. Oh, wieder einer mich rein. Und den holen wir uns auch. Was? Ich war vor dem. Den da unten schnappen wir uns. Merkt ihr das? Der kommt daher. Und wir drehen eine Schleife und fahren ihm vor die Nase. Und Tamin. Oh, yes. Und den schnappen wir uns auch. Ich mag nicht mehr. Ich habe noch 25 Minuten und mag nicht mehr. Weiß auch warum. Au, der wäre gut. Der zählt doppelt. Nein, zählt er nicht. Aber wäre cool gewesen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gar nicht mehr die Sachen eingesammelt. Aber es geht nicht ums Einsammeln. Es geht nur um die Kills. Es geht einfach nur um die Kills. Oh, ich will da nicht in dem drinnen bleiben. Kannst du den bitte raus? Kannst du uns befreien? Danke. Den XYZ holen wir uns. Komm, den holen wir uns. Kleine Beute. Kleine Beute ist auch ein Kill. Den da unten schnappen wir uns. Tun so, als würden wir hier nahe. Und dann, tschack. Als kleine Schlange kann man einfach so easy killen. Oh, ein Geschenk. Dankeschön. Und noch einen. Pro Minute ein Kill. Sollte eigentlich easy machbar sein. Oh, die war geschenkt. Wer sind denn gerade so die YouTuber, die Slytherin spielen? Also ich weiß, Basti hat es nochmal gespielt. Lars hat es einmal gespielt, weil ich ihn dazu überredet habe. Ich habe Paluten und German Let's Play gesehen. Ihr könnt ja mal die Challenge hier herantragen, Andi. Wer von denen schafft mehr Kills in 60 Minuten wie ich? Also, ich fordere damit heraus. German Let's Play. Lars, Paluten und Basti. Basti zockt. Schauen wir mal, ob einer von denen schafft, mehr Kills in 60 Minuten hinzubekommen, wie ich in dem Video. Das ist meiner. Yes. Auf lange Distanz habe ich ihn geholt. Nice. Oh, wie danke. Ich wollte euch die Zeit zeigen. 19 Minuten noch. Und den Kleinen holen wir uns auch. Dankeschön. Ja, du schaust, ne? Du weißt gar nicht, was ich mache. Aber noch einer. Und noch einer. Also ganz ehrlich, die Kleinen. Der Trick ist einfach möglichst viel kleiner. Und noch einer. Der Trick ist echt, möglichst viel kleiner abzusahnen. Weil die am leichtsinnigsten sind noch. Da kann man am besten punkten. Aber noch haben... Wir müssen ja nur einen kleinen Rekord aufstellen, der auch überboten werden kann. Die richtigen Taktiken müssen wir erst beim nächsten Mal auspacken, wenn wir überboten wurden. Ah ja, eine Sache. Wenn irgendwo mal so ein Bug ist, wo dann so Unmengen Schlangen in eine Richtung, wieder eine auf der Liste, in eine Richtung fahren und man sich nur hinstellen muss, dann kann die... Den nutzen wir natürlich nicht auch. Vielleicht doch. Suche kleine, unscheinbare Schlange für schnellen Kill. Wie schaut's aus? Kacker? Sind wir ein bisschen... Oh, da haben wir eine. Yes. Wieder eine auf der Liste. Immer geradeaus. Und zack, zugeschlagen. Tja, hat er nicht mit gerechnet. Hey, ich wollte... Oh, der geht auf meine Kappe. Zack, erwischt. Die Lirane hätte ich gern. Aber die ist so in sich gekriegt. Nein, du zähl... Nein, die zählt nicht. Die zählt nicht. Oh, aber die zählt. Weil die war selber dumm. Die war selber dumm. Ja, du willst das Zeug haben, ne? Du willst mich einkreisen. Kannst du gern versuchen. Määäaam. Das ist gut. Dankeschön, dankeschön. So ein bisschen was stauben wir da schon mit ab. Und da gibt's einen Toten. Und der geht auf meine Kappe. Und so viel saftiges Glitzer. Da sag ich doch nicht nein. Rein und hau kräftig rein. Wir haben noch neun Minuten im Übrigen. Noch neun Minuten. Wieso will das denn keiner haben? Dann esse ich das. Aber eigentlich will ich ja lieber Schlangen fressen als Glitzer. Die zählt. Die esse ich auch. Sag mal, was ist denn jetzt gerade los hier? Es rentiert sich ja fast nicht, die zu fangen. Komm, fahr einfach gegen die Wand. Opfer dich einfach, damit es bei mir schneller vorwärts geht. Habe Verständnis. Ich muss auch die Kleinen fressen. Denn jeder... Jede tote Schlange ist eine gute Schlange. Außer diese Werbeschlangen. Die kann keiner leiden. Henry Ramspopo. Popo. Uwaga, Uwaga, Uwaga. Oh, oh. Yes. Wieder eine für die Liste. Dankeschön. Noch eine für die Liste. Dankeschön. Uwaga ist übrigens polnisch und heißt Achtung. Der schreibt extra auf seine Schlange drauf. Achtung. Der muss mordsgefährlich sein. Schaut mal, wie viele Punkte wir haben, ohne dass wir es provozieren oder so. Stell dir mal vor, ich würde mit dem... ...in dem Spiel jetzt einen Rekord aufstellen. Das wäre so falsch. Mh, nom, 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 nom. Oh, den Roten, der zählt. Der zählt. So, jetzt bist du gleich mein, mein, ganz allein. Dankeschön. Der zählt auch. Den haben wir noch unterwegs mitgenommen. Und jetzt haben wir den Kill auch dazu. Und den nehmen wir auch. Jetzt drehen wir eine große... Oh, da sind viele. Oh, die will ich alle haben. Der ist auch wieder einer auf meiner Liste. Mh, die sind viele Schlangen. Äh, Dahlia. Ich würde gerne... Dankeschön. Entschuldigung. Darf ich mal? Darf ich mal? Ich muss mal. Entschuldigung. Und wieder einer. Die nehmen wir auch mit. Die kleine. Tim weiß noch gar nicht, was ihn da getroffen hat. Irgendein Großer, der kleine Schlangen vernichtet. Ich habe wirklich nichts gegen dich. Da ist wieder einmal auf mein Konto gegangen. Wir riskieren was. Wir riskieren was. Wir riskieren zu viel. 11.800 Punkte. Den ist ohne, dass wir es versucht haben. Ist schon krass. Meine Damen und Herren. Wir haben noch drei Minuten. Jetzt ist der Endspur dann gesagt. Lucius. Schnappen wir uns. Wieder eine für unsere Liste. Schnappen wir uns. Oh, yes. Ein bisschen was essen muss ich schon auch. Das kann ich nicht mehr speeden. Noch glatte zwei Minuten. Und noch kein Kill in Sicht. Die Schlange da. Könnte was werden. Yes. Noch ein Kill. Eine Minute 30. Die schnappen wir uns. Yes. Die war... Oh, die wollte ja drauf gehen. Yes. Komm, komm. Oh, die nehmen wir. Nehmen wir. Valerie, Valerie, Valerie. Valerie. Noch 42 Sekunden. Haben wir wahrscheinlich genau 42 gekillt. Und ich wollte auch so gern 60. Wir haben nicht 60 geschafft. Wer geht auf meine Kappe? Yes. Wieder eine mehr. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Yes. Die war Dankeschön, der sich auf das geopfert. Bye, bye. Es ist vorbei. So viele habe ich geschafft. Wie viel habt ihr gedacht, dass ich es geschafft habe? Wie viel habt ihr geschafft? Schreibt es mir in die Kommentare. Macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Fiat. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Bis zum nächsten Mal.